Guter Begegnis, vielleicht Kellberg, nicht ganz so stark spielen und dann geht vielleicht was. Der Auftrag ist ohne Druck, du riskierst viel und kommst du vielleicht in so einen... Ja, diese eigenartige Bewegung gehabt beim Ausschlag. Der macht heute gar nicht mehr. Gar nicht mehr, ja. Gute Chance da, weil er den Ball vermeintlich verdeckt hat. Den Kopf meine ich dann. Ganz starker Abwehr und hat er umgestellt, aber zu seinem Vorteil. Zu seinem Vorteil und der Erfolg gibt ihm ja jetzt recht. Ah, jetzt Pech für Ruben Filus. Ja, Start war gut von Filus, aber jetzt hat sich Kellberg... Darf wir jetzt ein... Oh, ganz starker Ball hier. Wahnsinn! Ist eben gut angeschoben von Kellberg, auf jeden Fall. Jetzt kommt aber das erste Mal nicht... Na, jetzt zum Beispiel. Können wir gut sehen. Boah, was ja ein Ball für ein Ander-Kell-Beg. Ja, jetzt gleich der Fehler. Schaut. Gegen gerade schwächere Spieler. Das waren eigentlich ziemlich klare Dreisatz-Siege. Macht er offenbar keine Gefangenen. Und abwehren konnte. Wieder ein guter Start jetzt von ihm. Spielt. Jede Chance, er greift anzugreifen. Also lang jetzt, der Aufschlag. War im ersten Satz genommen. Werder hat zum Gegentopf von Anzusetzen. Glück jetzt wieder 4-1. Da hat die Länge am Aufschlag auch gepasst. Der Ball von Kellberg in die Mitte. Und da ist jetzt nicht so der Paradeball von Silos. Und der Noppe nicht abhängen lassen. Wieder zu lang. Viel zu lang. Jetzt wieder... Jetzt mal gucken. Mal kurz... Ja, das tut natürlich weh jetzt. Kellbeck ist super, sich gelöst. Aber super schnell am Tisch. Ja, das reicht dann nicht. Das sieht man schon sofort. Ja, zu lang. Das lässt sich Kellbeck nicht nehmen. Ich mache den Schritt zur Seite. Topsfinder kann mal drunter gehen. Das ist hier überhaupt nicht der Fall. Also kommt er den ersten Ball nicht dran. Was außergewöhnliches passieren. Ja, da hätte auf jeden Fall der erste Satz auch nach Hause gemusst. Und da heißt er, der ja eigentlich nicht hingehört. Und das muss man dann einfach irgendwie mitnehmen. Jetzt... Wahnsinn, ja. Ganz klasse. Was ein Blödsinn. Und jetzt zu hoch. Aber jetzt wird das Teil... Ja, da löst sich sogar... Und diese... Auch die Qualität beim Koffer... Ja, jetzt versuche ich das auch mal mit dem Vor- und Aufschlag auch... Ja, so... Wie das super geht, wenn es halt... Ja, wenn es gar nicht läuft, dann kommt der Vor- und Aufschlag bei ihm. Der Bundesliga. Davor. Dall hat durchgezogen, die Rückkehr. Ganz starker Flip. Die Top-Leistung von Kellberg. Und wir sehen auf jeden Fall nochmal Kellberg gegen Aruna. Und da freue ich mich schon drauf. Ja, wie ist es rum? Wir sind schon in der Pause. Zwei Spiele. Also so schnell, Arno, waren wir noch nie. Ja, hieruz. Musik